Ich bin froh, dass der Vatikan entschieden hat und wir entschieden hat. Franz Tebats van Elst kehrt nicht als Bischof des Bistums nach Limburg zurück. Der Prüfbericht der Bischofskonferenz hatte deutlich seine Verantwortung herausgestellt und dennoch Tebats van Elst weist die Schuld zurück. Er schiebt alles auf seinen Generalvikar. Er selbst sei nur Pastoraltheologe und kein Bau- oder Finanzfachmann. Auch wenn in Limburg noch eifrig über die Einzelheiten des Skandals rund um den Bischofssitz gestritten wird, jetzt ist ein Neuanfang möglich. Dennoch bleiben Fragen. Trägt wirklich der Bischof allein die Verantwortung, wenn da ein Generalvikar täuscht und verschleiert, wenn ein Finanzexperte schön rechnet? Hat tatsächlich er, der Bischof, die Schuld? In unserer Medienwelt scheint es so zu sein, dass immer ein Gesicht für das Ganze steht. Aber auch in der Kirche? Die Diskussion um die Rolle des Bischofs ist erst eröffnet. Geriert er sich als Alleinherrscher, ist er zu stark. Moderiert er nur die Kurie, ist er zu schwach. Irgendwo dazwischen leiten und entscheiden die Bischöfe irgendwie zwischen Hierarchie und Demokratie. Da gibt es Regeln und Mitbestimmung einerseits und die Autorität des Amtes und eine große bischöfliche Machtfülle andererseits. Der Fall Tebats van Elst zeigt, wie schwer es ist, da eine Balance zu halten. Doch wie gesagt, ich bin froh, dass der Papst entschieden hat, denn jetzt kann es auch wieder in Limburg um die Menschen gehen. Und jetzt kann es auch wieder, ich bin froh. Aber die Natur ist ein riesiges Erwartungen. Und jetzt kann es nur noch auf der getan haben, aber auch wieder ein bisschen um die Möbel haben. Vielen Dank.